Liebe Spielefreunde, bevor Sie nun in das Spielprogramm Ihrer Wahl einsteigen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Wie Kino- und Videofilme werden auch Spielprogramme von einer Organisation der Freiwilligen Selbstkontrolle daraufhin geprüft, für welches Alter Sie geeignet sind. Bei diesen Programmen finden Sie die Altersfreigabe auf der Verpackung, dem Spielmedium selbst sowie auf der Internetvertriebsplattform Ihrer Wahl. Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie Folgendes zu beachten. Lassen Sie Ihre Kinder nur Spielprogramme spielen, die auch für Ihr Alter freigegeben sind. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder und deren Freunde auch in Ihrer Abwesenheit nur die Spielprogramme spielen, die für Ihr Alter geeignet und entsprechend gekennzeichnet sind. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Altersfreigaben und bitten Sie insbesondere ältere Geschwister mit darauf zu achten, dass sie keine Spielprogramme gemeinsam spielen, die für jüngere Familienmitglieder oder Freunde nicht geeignet sind. Weitere Informationen zum Thema Computerspiele und Jugendschutz erhalten Sie bei Ihrem Computerspielfachhändler sowie auf der Homepage der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle www.usk.de Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit dem Spielprogramm Ihrer Wahl. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und Mithilfe und Mithilfe und Mithilfe und Mithilfe. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und Mithilfe und Mithilfe.